Mein Leben, mein Job, mein Fluch ist es, gegen das Böse zu kämpfen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Sein Name ist Van Helsing. Einige halten dich für einen heiligen Mann. Andere für einen Mörder. Was stimmt der Not? Ein bisschen von beidem. Er ist auf dem Weg in ein verbotenes Land, um gegen Feinde zu kämpfen, die Legenden sind. Mit wem haben wir es zu tun, wie tötet ich ihn? Jetzt komme ich ins Spiel. Von nun an muss ich das Böse fürchten vor einem Mann. New Jackman is Van Helsing. Was ist schuldig, wie im Gesicht ist? Was ist schuldig, wie es Supes war? Was ist ein Blut? Was ist ein Blut?